Das Turnier ist tot arsch by the way. 1k Zuschauer, wow. Ja, das Turnier, ein Turnier liegt nämlich an der Hand von Zuschauerzahlen anscheinend. Einfach gegen mich wollen wir uns queuen auf der Map. Auf solchen Map. Wir starten mit 100€ und jedes Game was ich gewinne kommt nochmal 100€ drauf. Das ganze geht insgesamt bis 2000 hoch. Das ganze gesponsert von Natural Elements. Ja und ihr sucht euer Glück. Heute bin ich echt kacke, also wirklich. Ich spiel legit nicht mehr mal mehr Setup. Der Brie macht nur schnellere Nights als ich. Raffi lang für den Sechsen. Raffi lang für den Sechsen. Wenn du noch ein bisschen gut seid. Ich hole dich. Of course. You don't know me bro. You play on my map. Der ist nicht nur ein paar walls, oder? Das tut mir leid. Woah. Kannst du auch gehen? Das tut mir leid. Ich brauche dir, ich treue dir Geld. Ich giabe dich. Ich neige mich. Ich kriege dich. Ich habe dich. Ja. jetzt weiß ich mir welche wir gerade 300 euro aber sieben auch ein 400 euro wenn vier euro für dich wenn du jetzt gewinnt der first five ist er nicht? ja. warte mal ohne warte nein ein bisschen nervös alles gut Nein! Was mag ich? Nein! 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 Miere macht Loot-Chat? Das wusste ich nicht. Oh mein Gott, als ob ich es ernsthaft mit dir install reingeschafft habe. Ja, Digga, ich habe keine Wühe. No Leute auf meiner Map. Ich muss besser hören. Ja, ja, ziemlich. Kommt, fett scheiß PC. Du! Ja, ja. Ja, für den Kader war ich doch. Ich muss schätzen. Hm. Ja, okay. Mach noch mehr Obvious, schreibt er. Ja. Let's face. Kann man eigentlich versuchen, mehrmals gegen dich zu spielen? Jaja, Digga, wenn ich einen Führer habe, wenn der gerade 80 mal reinkommt, dann kommt der nach der Führer 80 mal rein. Da ist ja der Warm-Up ein bisschen, Bro. Warum war es denn nicht im Stream? Wir haben eine halbe Stunde früher angekündigt Warm-Up. Jetzt bist du nicht von der Überzeugleiterin. Ja, dann ist ja mehr als viel da reinzukommen. Einmal. Einmal. Treppen. Ich halte nichts. Ja, Sound ist ein Bucker wegen Fortnite, chat. Kennt ihr den Bucker? Das ist normal. Ich muss halt ein Game noch starten. Ich habe einen Bucker. Hat noch wer gewonnen? Nein. Ist jetzt unnocktiv. Ich habe noch einmal drei geschehen. Zicke Okay. An die normalen Führer fandet ihr eigentlich, findet ihr die Seamster der Games schon gut oder findet ihr die Seamster der Games auch was besser? Ich hab erst den Karma vorhin gesehen, ne? Ja. Der Monster ist im Speedcoach. Der Games ist auch geil, die Fans. Ich möchte euch fragen, ob der nachher Leap kommt. Ja, ja. Also wir können später zusammen überall hingehen, Bro. Ja, ok, ok. Ich hätte ihn aber sonst anfexeln können, dass ich der Freund von BDH bin. Ja, ja. BDH ist eigentlich der Freund von Jamalton. Ja, ok, das ist Nummer 5. Zu Hause? Aber! Nummer 6 steht hier auch. Also, zu Hause ist auch gut, ok. Ich bin aber wirklich instig eingefallen. Ja, ja. Ich hab den Krastoff geguckt, da sagte ich, will der Krastoff scheiße? Dann hab ich prediktet, weil ich das Video hier schon gesehen hatte. Ja, ich hab den Krastoff geguckt, da sagte ich, will der Krastoff scheiße? Dann hast du doch gesagt, guck mal wie schnell du die Items kaufst. Schön. Dann bin ich zurückgeswitcht. War doch gerade nicht so schnell. Ja, war aber nicht so schnell. War auch wirklich nicht so schnell. Und da. Ja, und da bin ich eigentlich eingeschlafen. Ich bin gambling-edicted. Wusstest du, dass 99% aller Glücksspielsüchtigen Aufnahmen vor den großen gewinnen? Im GTA ERP? Ja. Im GTA ERP? Im Hasin, oder? Ja. 2K, das wären 3 Beinflaschen für dich, oder? Ja. Ja.